Zeitlebens liebe ich das erste Licht des Tages. So wundert es nicht, dass ich zum Frühaufsteher geworden bin und Menschen, die mein Leben begleiten, auch immer wieder animieren kann, mit mir an die Strände dieser Welt zu gehen, wo morgens die Sonne aufgeht und neues Leben erblüht. Das hat mir stets geholfen, die Schatten der Nacht zu verdrängen. Das erste Morgenlicht als Balsam für die Seele. Es wirkt heute noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020